hallo und herzlich willkommen zu einem wetter extra über chemtrails chemtrails gibt es nicht chemtrails gibt es nicht chemtrails gibt es nicht was da erzählt wird dass jetzt irgendwie gift versprüht würde oder dass jetzt damit das klima verändert werden könnte das ist nicht wahr das ist nicht wahr das ist nicht wahr wir machen ganz viele wolken und dann scheint ich mir so oft die sonne aber das hat nichts mit dem chemtrails an sich zu tun aber das hat nichts mit dem chemtrails an sich zu tun aber das hat nichts mit dem chemtrails an sich zu tun früher hätte es das in diesem ausmach nicht gegeben früher hätte es das in diesem ausmach nicht gegeben früher hätte es das in diesem ausmach nicht gehen chemtrails gibt es nicht chemtrails gibt es nicht chemtrails gibt es nicht chemtrails eine frei erfundene Angelegenheit. Chemtrails eine frei erfundene Angelegenheit. Chemtrails eine frei erfundene Angelegenheit. Der Kollege Bublatt hat auch mal eben dieses Klima-Experiment, was ich vorher beschrieben habe, mit dem Meer an Wolken unglücklicherweise als Chemtrail-Experiment bezeichnet. Das ist einfach ein redaktioneller Fehler des ZDF. 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 Wo kleine Aluminiumstreifen ein sogenannter Doppel oder auf Englisch Chaff ausgestreut wurden, das sind kleine Aluminiumstreifen, das sind kleine Aluminiumstreifen, das sind kleine Aluminiumstreifen... Chemtrails gibt es nicht, wird es auch nicht gehen, wird es auch nicht gehen, wird es auch nicht gehen, was da erzählt wird, dass jetzt irgendwie Gift versprüht würde oder dass jetzt damit das Klima verändert werden könnte, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr.